ja ja so eine kleine unterbrechung hier und wir sind wieder zurück warum unterbrechen macht es auch bei mir drauf ja ich bin bei dir drauf tatsächlich sie auch tatsache er bei einer pumpe oder ja aber ich habe keine ich habe ich habe alles noch dasselbe wie davor hier liegt noch mal auf ihn er kann man kann stecker aufnehmen und machen wo alle wie viel money hier liegt ich habe stocker da ja habe ich auch ein alter wie viel money hier liegt leute ich ja die ist jetzt schon weg weiß ich bin das einzige soziale arsch und tschuldigung ihr habt mir vorher auch nicht gegeben ich frage mich jetzt stärker ist der schlagstock oder der stock keine ahnung mit 25 frames ja meine auch meins auch ich habe eine rammington 8 an die habe ich davor schon ja meins läuft auch irgendwie die extremen haben aber das ist anscheinend gegen eine map hier gerade ich weiß ich habe es auch schon gesehen aber was sollen wir mit dem ding jetzt machen ich war schon mal schon ein kind kinderkopf raus leute schon da rein lassen kinderkopf du bist kinderkopf nein auch nicht jetzt das wirklich kann man die dinge auch töten oder die alten aber das ist so creepy das spiel die schlagen nicht ganz ganz böse und erhältnissen dann ist einer von den großen typen ihr müsst auf das kopf schießen auf das kopf das war eine oma sie schützt sich auch hier ja schießt mal auf den kopf drauf na da habe ich gerade zwei mal gemacht ich habe keine munition mehr ach doch da kommt noch eine leute aber man kann ja gar nicht runterfallen das wasser okay dann braucht man nicht so vorsichtig sein okay ich muss mal ganz kurz nachladen er ist einfach hey oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich habe euch gesagt okay die alte das teil bitte das ist jetzt mein stock ja das teil ist tot okay gut ich muss ich habe einen stock im ja was aber bitte danke wie viel hits hält das aus genug und kräfte ich habe keine muni mehr es geht wie abartig es geht was geht das wie ich der einfach so also der zwei ja übelst und ich habe keine shotgun muni mehr ahaha lol der umgehauen wurde eh ah der eine ist weg okay sauber ach guck mal wenn man von den teilen umgeschlagen wird dann stört man nicht sofort ja man liegt auf dem boden der haut dir übelzeit aus dem hauen ich habe ich habe nur noch einen einen magazin nur noch einen magazin hat er ja noch einen ok nur noch einen schuss den setze ich jetzt in den schädel wir haben echt spaß mit dem ding was kommt scheiße ach du scheiße wisi mach es tot mach es tot warte mal falls wir jetzt sterben habe ich einen plan ok wie sie macht es tot kommt auf geht's warte mal ich nehme hier einen stock warte oder soll ich dran vorbeilaufen ich glaube ja 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 sauber schöne sache restarting die map in three seconds ja übrigens leute da liegen drei shotguns rum das heißt jeder von uns kann jetzt der shotgun nehmen nach nehmt man dann die shotgun hat man das gehört ja hat hat jeder von euch jetzt der shotgun ja ich habe gar keine waffen mehr also ich habe noch eine pistole er liegt überall was hier liegt auch noch irgendwo eine shotgun hier liegt noch ein stock hier liegt eine schau hier so lassen wir mal kurz warte mal warte mal warte mal den habe ich ganz vergessen welchen ich habe das das dufe viecht da ja das ist der warte mal kurz ich habe plan bleibt mal bleibt mal genau hier ok weil er hat einen plan das ist gut was macht man denn mit uhr fielt und so was kann man achtung er ist ja schon rüber ja was machst du da mal ich pull die prüge die manche achtung von hinten das hat jetzt nicht eigentlich dachte ja dann dann ist gut also wenn es nicht klappt dann ist immer gut schießt mal dann noch mal auf den kopf von dem piech da man kommt aber an den piechern vorbei ohne geschlagen zu werden das habe ich gemerkt so das ist ding ist weg ich finde scheiße dass man keine muni von den von den tanten hier aufnehmen kann aber warte mal oh gott da sind zwei die viecher sind zu gruselig ey ja das ist da sind eines hoches spiels aua achtung der dicke kommt ich gebe ihm yeah nummer eins ich hab noch was frei ganz ehrlich wie entstehen solche viecher in denen sie und alle kreuzen oder umgehauen wollte ich nur anmerken ich lege genau unter diesen komischen toten riesen ah ich hab keine muni mehr wie sie lebst du noch aua au wie sie weh du bist tot ja ich lieg da aaa warte ganz kurz bin böse gegeben ok jetzt wirds lustig jetzt wirds lustig ich hab doch gedacht wie der wachstum ist in der Kamera oh man ey alter das geht doch nicht klar dass wir jetzt schon versagen oh ey ok nett ich schnapp mir jetzt mal schnell ein paar sachen ey habt ihr alle die shotgun neuer und stock als axel ja was hast du stock einen stock so hin das glaubt nichts mehr also ich glaube wir müssen jetzt ich glaube man kann über die dinge die hier schlagen über die kann man drüber springen wenn du läufst und springst ja es klappt ah 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 intilent intilent genau ja Max intilent ja was denn ist doch echt so los walle auf gehts warte mal ich mal Oh mein Gott die Dinger schützen mich Duke oh du armes kleine Schlitzeviech warte mal ich muss kurz ich muss jetzt meine Waffen wieder ausrüsten die hat die rüstet immer zurück ey das ist nervt voll hast du übrigens jemand hinter dir ja ich weiss Ok, wer rennt die Balle? Rennst du mal vor? Sekunde, na, was mir grad nicht... Rennst du mal vor und schneid mir ein Arschloch Ja, Entschuldigung, ey, aber du wolltest ja nicht Meinst du die Dinger? Ja! Ja! Es ist nur eins gewesen Nein, da kommt ein zweites Ich hab ein scheiß Magazin für die Schu... Oh nein, der muss ich nachladen Schieß drauf! Schieß drauf, Leute! Lass mich nicht... Jawoll! Aua! Guck mal, ich versteck mich in der Leiche So ist gut, Weezy, so ist gut Süß Boah, das Magazin... Ja, verdammt! Mann! Ich brauch Leben Ja, das Magazin konnte ich leider nicht nehmen Das war genau im Schlagradius von dem Ding Wir müssen das Viech-Wenn killen Ja, ich hab da auch eins genommen Guck mal, was ich cooles hab Warte mal Ja, was hast du denn? Ist das ein Sniper? Ja! Skiller! Skiller! Die Frage ist nur, ob das wirklich nützlich ist hier Ach, komm, da liegt mal auf ihn Okay, wo laufen wir lang? Links oder rechts? Äh, ich würd sagen... Links! Ach, hier! Matrix, Alter! Ist noch eins da? Also ich gehöre! Ja, nein! Ich wurde angeltet Aber warte mal, wir müssen uns warten, bis es blitzt Oder du läufst da lang Walle, du bist ja rechts, ne? Ja, ich bin rechts! Du läufst da lang, weil du rechts bist! Ich bin tot! Echt jetzt? Wir können dich ja nicht wieder bedenken! Was liegt da? Äh, Schrot und Morphin Rausher das Morphin? Ja, ich nehme meins kurz Ey, Walle, du bist ja... du weißt schon, dass wir dich nicht wieder bedenken können, ne? Bist du ja? Ganz einfach springen, du musst nicht unbedingt sprinten, ne? Ja, ja, schon Matrix! Matrix! Loil, da kommt wieder so ein großes Viech Oh Gott, hier musst du dauerhaft springen, hier musst du dauerhaft springen Oh, scheiße, ich wurde hier angehltet, aber... Ja... What the fuck's hier viele, ey, weil wir das hier schaffen, da kommt noch ein riesig, pass auf! Ja, ich weiß Loil Oh, ich muss nachladen Kriegst du das Viech? Ich muss nachladen Oh Gott, hier ist ja noch so eins Gib ihm! Oh! Wir sind gut, Weezy Kam jetzt, jetzt holen wir den Walle wieder, ey Ja, ja, holen wir den Walle wieder Oh Gott, ist hier viel Loch! Alter, wo liegt denn der Walle überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht Warte, ich muss holen Warte, wo bist denn du verreckt? Ähm... Warte, hier lang Wow! Ja, da hinten läuft das auch zusammen Wow! Wow, ist ja das viele! Oh fuck, ey Oh man, da ist noch so ein... Ich lieg' genau da, wo die... wo die steht Danke! Die ist tot Ja, ey, ich muss hier, ich... Oh, hier ist doch so ein Scheißviech! Oh Gott! Oh Gott! Oh, das klappt! So, wenn ihr jetzt verreckt, ey, dann verreckt ihr anscheinend Ja, Wale, du hast ja echt die beschissenste Stelle zum Sterben ausgesucht Ja, schon Soll ich mal kommen? Ich meine, ich habe noch zwei Schuss in meiner Waffe Ich würde... Ja, ich kann die Viecher schon abschießen, aber die stecken halt extrem viel ein, das ist so munitions... Ich meine, ich würde ja respawnen, aber ich würde die Sniper nicht verlieren Ach, man kann respawn! Ja! Wie denn? Das hättest du vielleicht mal sagen können hier, ne? Ne, dann wäre die Schniper ja auch weg gewesen Also... All diese Kindergesichter da drin, die sind echt so creepy Das ist echt creepy Wie kann man eigentlich so behindert sein, um so ein Spiel zu programmieren, ey, das ist echt... Lebe! Toot! Oh mein Gott! Ja, man, so... Ich habe da drüben ein so ein Viech zerschossen Ja, ich habe davon gerade zwei Stück... Oh mein Gott! Oh! Ich würde schon... Ich bin gleich... What the fuck! Ich bin tot! Oh fuck! Ich hoffe, das klappt jetzt! Oh mein Gott! Ich werde gehittet! Ich werde gehittet! Lol! Oh, Walle, du musst jetzt überleben! Hopp, hopp, hopp! Oh, leck! Mal! Hast du Munition? Ja... Du musst jetzt wieder zu schießen! Du kannst das ansonsten nicht überleben! Oh, fickt euch! Tut uns ja sehr leid, aber es ist nun mal so... Ich sehe nur noch, wie Walle's Ziels-Anzeige dauernd runter geht! 65, 50! Ah! 35! Ah! Ah! Nein! Falle! Weil es nun mal Arsch doch auch rumgehen muss! Ah! Nochmal! Ich hatte gesagt, du musst Dings, das Viecher ist töten! Ich weiß, aber ich habe genau neben euch gestanden, das hat mich nicht gehiltert! So, Leute, wir machen jetzt folgenden Plan, ja? Einer nimmt die ganze Zeit von Shotgun-Money, in dem Fall jetzt ich! Und dann, äh, zerschießt einer die ganze Zeit die Viecher! Okay, zum Glück habe ich so viel Shotgun-Money abbekommen, dass mein Plan auch aufgeht! Hier liegt noch Morphium! Musst du auch an die Riesen denken, ne? Musst du auch an die Riesen denken! An die Riesen denken! An die Riesen denken! Ja, ja, die meinte ich ja! Äh, hier liegt noch ein Morphium, Walle, du hast noch nichts! Oh, danke! Ja, hier beim Spawn bei uns! Ja, hab! Okay! So, dann würde ich mal sagen! Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee! Ich pull die Mai! Ah! Ja, die sind so scheißschnell! Oh ja! Sorry, ich habe dich angeschlossen, aber scheiß drauf! Kein Problem! Ja, okay! Du bist ja zum Glück sozial! Bringst du überhaupt auf jeden Fall, um mit der Shotgun zu schießen! Ja! Oh Gott! Oha! Der Schlitzer! Der haut einfach ab! Ich habe keine Muni mehr! Ich auch nicht! Okay, ich muss mal... Mein Licht ist aus! Wieso? Ich muss mal ganz kurz neu ausrüsten! Ich schieße es ab! So, ich bin jetzt komplett! Alle! Ich habe noch ein bisschen Pistole! Da vorne liegt übrigens noch Muni für die Pumpe! Sauber! Perfekt! Wow! Wow! Direkt erst mal gesteckt, ey! Schieß das mal ab! Da liegt doch im Mund! Ja! Ja! Schieß mal das Ding da, da liegt Muni! Ich habe die Shot! Ja, ne, ne, da liegt da... Du, Spaß! Mann, ey! Jetzt habe ich umsonst Muni überstanden! Ich schieße es trotzdem ab, dass meine Arbeit wenigstens verendet ist! Nein, 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 nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mann, die läuft zu teilen hinterher! Alter! Haben Sie gelohnt da lang zu laufen auf der rechten Seite? Ähm, nein! Oder? Keine Ahnung! Okay! Oh Gott, da hat man die nicht! Ja! Nein! Wart mal, wir warten! Matrix Like! Oh, scheiße! Von zwei Hits! Ah, dreimal! Wir warten einfach, bis es blitzt und dann gucken wir, ob hier irgendwas liegt! Okay! Ich gucke, äh, rechts! Da, da lag was! Oh, da, da lag nichts! Der lag Schatten Muni! Da links ist war noch so ein Riese! Aber rechts ist Schatten Muni! Äh, ich werde jetzt mal ganz kurz Murph nehmen! Oh, links ist ein Riese! Ich glaube, wir sollten rechts rumgehen! Ja, toll! Oh Gott! Oh Leute, das hat mich gehittet! Oh Leute, das hat mich gehittet! Oh Leute, das hat mich zweimal 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 gehittet! Also ich wird gar nicht getroffen! Pick it up! Äh, was auch immer das ist! Egal, ich habe jetzt Shotgun Muni! So, dann habe ich noch ein bisschen Pistolen Muni! Du musst einfach durch Bunny hoffen! Ich werde die ganze Zeit einfach nur getroffen, ne? Du würdest doch keinmal getroffen, Walle! Einmal jetzt! Leute, ich komme gleich! Ja, ich werde ganze Zeit getroffen, Mann! Ich habe noch 30 hier! Hat noch jemand Morphin? Ja, frage ich mich auch gerade! Oh nein, ich bin tot! Ja, wir holen nicht noch morgen ab! Ja, geht doch! Ja, okay! Okay, dann ist ja alles okay! Ich bin jetzt auf der anderen Seite vom... Ach, ich sehe... Jaaa! Ähm... Oh, meine Leiche, bitte! Ich habe dir gerade einen Arsch gerettet, will ich nur sagen! Sie liegt da so alleine da! Nee, du hast ja einen Freund neben dir! Äh... Ach was! Gar nicht! Das ist doch nicht mein Freund! Schießt das kaputt! Ach, doch, man hört bei mir nicht die Shotgun-Sounds, das ist so eigenartig! Oder allgemein, die Sounds, wenn ich irgendwas abfeuere! Tja... Dankeschön! Kann ich vielleicht irgendwas in dem... Audio! Enable AED-Hardware-Support... Nein, das ist glaube ich nichts, das hier irgendwie zu tun hat damit... Äh... Keine Ahnung, stell einfach nichts rum, sonst kackt's wieder ab! AED-Hardware-Support... AED-Hardware-Support.. AED-HOH-CAS pon automated Chai... AED-Hardware-Support... AED-Hardware-Support ist entel ec jest folg personally ganz oczywiścieACKB awaraji-Support. AED-Hardware-Support Wie vielleicht her ist zu bringen... Nein, wir schauen jetzt! Ab Palestine und inacle. Anep 언 esteizo stab intellectuellement. Untertitelung des ZDF, 2020